Das ist dieser Ort und der Attate macht nur jemand, der körperlich überwiegend ist. Es ist dominanzvoll und sehr gefährlich. Die Gefahr ist, dass wir hier einfach den Kehlkopf mit dem Arm entdecken. Das Böse ist hier, dass der Kehlkopf an der Stelle steht. Da drücken wir jetzt nicht drauf, sondern wir müssen unten einfach zur Ruhe und als erstes fühlen, wie hast du passiert. Schulter nach oben, Ketterhund und Ruhe. Dann fühlst du den Unterschied. Hier ist alles gut. Wir sind im Holz. Grundechen und Engstern. Liege die Höhe. Schulter hoch. Ketter unten. Von unten, von unten. Ich suche das Ziel. Das ist kein Schlauch. Das ist ein Pfosten. Und ich gehe einfach zurück in die Chemie. Schulter nach oben. Gehe nach oben. Eine Hand zurück raus. Und gehe hier an seine Kuhle. Ichi Monshi. Ichi Monshi. Okay? Hopp. Schulter Kinn. Ichi Monshi. Ja. Na. Du? Ja. Und dann kommen wir hier an. Hier. Eins. Und ... okay? Nicht mal. Okay? Okay? Ja, komm schon mal runter. Und hier rein. Einhoch, hoch und rein. Die Hand mit dir. Ganz fest, wenn ihr es nicht. Jetzt ist es. So. Oh, ich bin nicht. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Und hier. Hier aufpassen, dass ihr nicht die Hüfte versucht. Ja, okay. Jetzt? Doch. Nein, 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 nein. Fins ist... Fins ist... Hier. 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 Bei der Kamali müsst ihr aufpassen, dass ihr den Karmal nicht so weit geht. Mein Kamal ist geschlossen. Alles im kleinen Raum. Erstens willst du noch ein Interview? Richtig viel Druck aufpassen. Der Karmal nicht so weit geht. 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 Der Karmal nicht so weit geht.